Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer hier auf meinem Kanal. Heute geht es, wie in der Überschrift zu sehen, um das nagelneue Tamron 50-400mm Objektiv, Offenblende 4,5-6,3. Und erstmal an dieser Stelle vielen Dank an Tamron Deutschland für die Leihgabe. Für eine Woche, zwei Wochen darf ich das Ganze testen. Und gerade in der Sportfotografie, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, habe ich mir heute einen ganz besonderen Ort ausgesucht. Ihr seht hinter mir den Alfsee, hier bei mir ganz in der Nähe in Bramsche. Und da werde ich mal versuchen, ein paar Wasserskifahrer zu erwischen. Und dann teste ich natürlich den Autofokus und die Schärfe und alles, was dazugehört. Und jetzt gehe ich erstmal nach unten, mache ein paar Fotos und dann geht es weiter bei mir in meinem Wohnzimmer, in meinem Studio. Und dann reden wir mal tacheles über das Objektiv, ob es wirklich gut ist, ob ich das empfehlen kann, was ich heute sehr, sehr gut am Objektiv fand oder was ich vielleicht vermisse oder was ich nicht so gut finde. Da würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei mir im Studio. Bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt sitze ich hier in meinem Wohnzimmer und habe dieses schöne Objektiv hier an der Sony Alpha 7 Mark III dran. Ihr habt es ja gerade gesehen, ich war im Alfsee, habe damit etwas rum experimentiert und fotografiert. Ja, ihr seht, gar nicht mal so groß. Wenn ich mal die Streulichtblende abmache, bleibt sogar noch weniger über. Und das Ganze wiegt gerade mal 1100 und ein paar zerquetschte Gramm und wirkt auch nicht sehr, sehr kopflastig. Vielleicht das ist der Grund, warum es hier keine Stativschelle mit im Lieferumfang gibt. Wer viel vom Stativ aus fotografiert, dem würde ich raten, kauft euch diese Schelle. Vielleicht ist es ja irgendwann mal in so einem Bundle mit drin. Mal gucken. Preisgestaltung. Ich hatte mal irgendwie mitbekommen, so 1600 Euro. Aber jetzt kann man das Ganze schon vorbestellen. Und ich habe gesehen, so bei den einschlägigen Fotofachgeschäften gibt es das Ganze für 1450 Euro. Und ich gehe ganz stark davon aus, der Preis wird sogar noch viel, viel weiter fallen. Fange ich jetzt als erstes nochmal vielleicht mit der Haptik an. Tamron typisch ist das Ganze sehr, sehr gut verarbeitet. Was mir aufgefallen ist, als ich das das erste Mal, Moment hier, das erste Mal an die Kamera geschraubt habe, da musste ich ganz schön stramm drücken und das zupacken. Liegt vielleicht da drin, das Ganze ist Spritzwasser und Staub geschützt. War auch ganz gut so am Alfsee, denn Wasserskifahrer sind ganz schön eng an mir vorbeigefahren. Und da hätten durchaus mal ein paar Tropfen draufballern können. Und ja, und es fühlt sich auch sehr, sehr hochwertig an. Hier vorne der Zoom-Rund, ihr seht selber, das Ganze fährt natürlich aus der Korpus. Und fühlt sich aber trotzdem gut an leichtläufig und gleichmäßig. Das ist das Wichtige dabei. Bei so Billigproduktionen hat man das, dass man am Anfang ein bisschen mehr Widerstand hat. Dann wird es ganz weich und am Ende dann wieder mehr Widerstand. Hier ist alles schön gleichmäßig. Der Fokusring hier vorne, breit genug für meine Daumen, tut auch sein Übriges. Aber ich habe den heute gar nicht benutzt, den Fokusring, denn ich habe mich hier auf den Autofokus verlassen. Ich habe die Bilder gemacht im Schnitt mit einer tausendstel Belichtungszeit. Ich hatte den Autofokus auf kontinuierlich gestellt und habe natürlich Serienfotos gemacht. Nicht auf High, auch nicht auf Low, irgendwo dazwischen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Der Autofokus hat auf jeden Fall gesessen. Daran gibt es hier an dem Objektiv überhaupt nichts zu meckern. Hier sind noch die klassischen Schalter dran. Wir haben hier einen Halte-Fokus-Knopf an der Stelle. Dann haben wir hier die Möglichkeit, die Bildstabilisation ein- und auszuschalten. Ja, das Ganze hat eine Bildstabilisation. Ist natürlich für die Sportfotografie an sich jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Denn die Bildstabilisation bezieht sich ja meistens auf den Teil, um Verwackelung aus der Hand zu unterbinden. Denn mit schnellen Belichtungszeiten, da brauchen wir wahrscheinlich die Bildstabilisation nicht. Gerade wenn es darum geht, wenn sich irgendwelche Motive da irgendwie im Raum bewegen. Dann haben wir hier noch einen Custom-Schalter. Das kann man hier über den USB-Anschluss auch noch eingeben. Das soll auch demnächst vielleicht irgendwann über Smartphone möglich sein, um vielleicht gewisse Fokusstrecken zu verkürzen, dass man sich Teile raussucht. Dadurch wäre der Autofokus natürlich noch viel schneller. Gut, aber wie gesagt, über den Autofokus möchte ich gar nicht meckern. Denn der hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert bei diesem Objektiv. Dann noch die, ja immer wiederkehrende Frage, ist es denn auch scharf genug, zeichnet das ab. Ich weiß nicht, wie Tamron das macht mit seinen ganzen neuen modernen Zoom-Objektiven. Auch hier, über jeden Zweifel, wie heißt es so schön, ist Tamron wieder erhaben. Und die Schärfenleistung ist gnadenlos. Sowohl bei 50 mm, auch schon bei 400 mm auf jeden Fall durchgehend zu gebrauchen. Ich arbeite ja hier an der Sony Alpha 7 Mark III mit 24 Megapixeln. Es gibt ja welche, die haben die 7 R Mark IV. Ich weiß gar nicht, wie viele Megapixel die hat, um die 60 Megapixel. Da könnte man vielleicht beim Pixelpiepen ein bisschen reinzoomen. Vielleicht bei Festbrennweiten den Unterschied sehen zwischen diesem und anderen Objektiven. Jedoch in der Gesamtbildbetrachtung würde man wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied erkennen. Die Lichtstärke ist hier angegeben mit 4,5. Das klingt am Anfang natürlich auch sehr, sehr lichtstark. Jedoch am Ende ist es dann mit 6,3. Ich hätte mir gewünscht, dass die Lichtstärke etwas später abnimmt. Hier schon bei 150 mm sind wir dann schon bei der 6,3. Nun, ich war jetzt draußen. Es war tolles Licht. Da bin ich mit meinen Zahlen super hingekommen. Tausendstel Sekunde Belichtungszeit. Und je nachdem, wenn mal eine Wolke da war, hat sich der ISO im Wert zwischen 1.000 und 2.000 irgendwo in dem Bereich eingependelt. Und es hat trotzdem funktioniert. Wer richtig lichtstark unterwegs sein muss, der muss viel, viel tiefer in die Tasche greifen. Und vor allen Dingen auch gewichtemäßig sich auf viel, viel mehr einstellen. Und hier ist Tamron ein guter Spagat gelungen. Zwischengewicht, Schärfenleistung, Lichtstärke, alles was dazu gehört. Die drei typischen Kandidaten, chromatische Aberrationen, gut weggearbeitet. Vignettierung, ja klar, gibt es. Aber das ist ja wohl das leichteste, bei Lightroom rauszukriegen, wenn es dann stören würde. Und Verzeichnung fiel mir jetzt nicht so auf. Ich habe da ganz ehrlich auch in dieser kurzen Zeit überhaupt nicht wirklich drauf geachtet. Der Umgang hiermit zu arbeiten und auch das Gesamtgewicht hier an der Sony Alpha. Ich hatte auch keine Sicherheitsleine oder hier irgendwie einen Gurt mit bei. Ich habe das die eine Stunde die ganze Zeit so in der Hand gehabt. Und ich hatte nicht das Gefühl, jetzt muss ich aber mal unbedingt Pause machen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also wie gesagt, Gewichtespagat ist hier sehr, sehr gut hingekommen. Hier an der Seite ist immer nochmal so ein Lockschalter eingebaut, damit nicht aus Versehen beim Gehen vorne der Korpus rausfährt. Im Moment, ich habe den gar nicht aktiviert, aber es ist mir nichts rausgerutscht. Und vielleicht bei längerem Gebrauch wird das alles ein bisschen weicher und vielleicht leiert das ein bisschen aus. Dann ist man froh, wenn man den Knopf hat. Aber wie gesagt, ich brauchte den Knopf bis jetzt noch nicht. Für eine Sache feiere ich Tamron immer wieder. Das fiel mir schon bei dem 18-300mm auf für das APS-C. Das ist die sogenannte Naheinstellungsgrenze. Wow! Hier haben wir die Möglichkeit, Makroaufnahmen zu machen im Maßstab 1 zu 2. Ich habe es ausprobiert, hier vorne ein paar Blümchen noch zu fotografieren. Ich mache dann die Streulichtblende ab, damit ich nah genug rankomme. Ungefähr so nah dran hier vorne von der Optik her. Natürlich zählt die Naheinstellungsgrenze immer hier ab den Strich. Aber trotzdem, ihr kommt wirklich verdammt nah ran. Ihr braucht also keine Makro-Zwischenringe kaufen, um hier mit Makroaufnahmen zu machen. Also ich muss sagen, dafür feiere ich Tamron, dass wir das immer so gut hinkriegen. Denn das ist auch eine Art der Fotografie, die mir wirklich richtig Spaß macht. Nun, über den Brennweitenbereich lässt sich natürlich immer diskutieren. Denn 50 bis 400 Millimeter hätten da nicht auch 100 Millimeter oder 200 Millimeter bis 400 Millimeter gereicht und dann vielleicht ein bisschen lichtstärker. Wir hatten im letzten Podcast mit den Fotobuddies mal so gefragt, was sie euch wünschen. Da ging es schon ein bisschen mehr um mehr Lichtstärke und gar nicht unbedingt um diesen wahnsinns Brennweitenbereich. Jedoch, ich muss sagen, gerade jetzt hier auch beim Wasserski oder auch bei anderen Sportarten kommen ja Sportler auch mal ein bisschen näher ran. Und wenn man dann auf einmal 200 oder 100 Millimeter Grenze hat, ja, dann hat man wieder nur Detailaufnahmen. Also ich war froh über die 50 Millimeter. Ich bin gerade, wenn die Wasserskifahrer etwas näher rangekommen sind, konnte ich wieder ein bisschen zoomen oder beziehungsweise rauszoomen auf 50 Millimeter und habe die Sportler dann auch wieder ganz drauf gehabt. Also ich muss sagen, diese Range, die hier angeboten wird, finde ich sehr sinnvoll. Wer das Ganze in der Videografie nutzen möchte oder auch vielleicht Langzeitbelichtung machen möchte, hier vorne ein Filterdurchmesser von sage und schreibe wieder nur 67 Millimeter. Ich glaube, die 67 Millimeter hat sich Tamron irgendwie reserviert, denn schon fast alle Objektive, die ich kenne von Tamron, haben diese 67 Millimeter und das ist hier auch wieder der Fall. Komme ich jetzt zum Fazit über das Tamron 50 bis 400 Millimeter Objektiv. Der Brennweitenbereich gefällt mir persönlich ganz, ganz gut. Und die Schärfenleistung bin ich mehr als zufrieden mit. Gut, bei schlechterem Lichtverhältnis würde ich mir etwas Lichtstärkeres auf jeden Fall wünschen, vielleicht eine Blende 4. Aber das hätte das Ganze wahrscheinlich viel größer, viel schwerer und vor allen Dingen auch viel, viel teurer gemacht. Hier geht man einen Kompromiss ein und ich muss sagen, das ist ein guter Kompromiss. Wer im Zoo fotografiert, Sport fotografiert und das draußen bei schönem Wetter, wird hiervon nicht enttäuscht werden. Das ist mein Fazit, das ist meine Meinung und ich habe es ja ein bisschen gespickt mit Beispielbildern, die ich die letzten Tage jetzt auch gemacht habe. Hier auch ein wunderschöner Hintergrund, ein schönes Bouquet ist ja immer so eine Ansichtssache. Einige mögen das nicht so rund oder so zwierlich, andere mögen das lieber klar und so weiter. Gibt es für mich persönlich auch nicht zu diskutieren. Also Tamron ist wieder ein schönes Objektiv gelungen und wer Lust auf sowas hat, dann würde ich sagen, guckt mal unten in die Videobeschreibung, vielleicht verlinke ich da irgendwas für euch und dann schauen wir mal, ob das erfolgreich wird bei Tamron. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche oder auch ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Michael. Tschüss.